Ja, wir lassen die mal stehen. So, Annäherung an... Was siehst du schon wieder? Das ist ja hier fürchterlich bedingt wie hier eine... Bam! Ja, geratete Panik. Ja, den könnt ihr euch übernehmen. Ja, Crystal ist auch auf jeden Fall ein Risikofaktor. Javier, haben wir Gott sei Dank schon mal die Waffen weggenommen? Ähm, ja, hier nochmal. Hat LST eine Granate? Hat er gut. Wohl brauchen wir auch nicht unbedingt, aber... Gehen wir mal... Was siehst du denn jetzt? Nein, wir haben vergessen nachzuladen. Scheiße. Was siehst du? Gehirn. Scheiße. Das könnte böse enden. Gott sei... Schieß bloß nicht in der Gegend rum. Schieß bloß nicht in der Gegend rum. So, du nimmst dir das Gehirn vor. Nee, nicht genug Zeiteinheit. Bitte triff. Ach nein, 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 nein. Das könnte der Tod sein. Panik? Ja, Christo. War das Javier? Ich glaube, das war Javier. Ja, das war Javier. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt aber. Die Frage ist jetzt, ähm... Was wir mit Crystal machen. Betäuben können wir nicht? Äh, ja. Es ist natürlich scheiße jetzt. Ja, die müssen wir im Prinzip. Tut mir leid, Crystal, aber... So geht's nicht. Jetzt gerät sie in Panik. Okay. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich... Die Kommandozentrale zerstören. Komm her. Bam. So. Gut. Kommando zurück. Okay, Leon hat's vom Gegner besorgt bekommen. Javier wurde durch Crystal getötet. Und Crystal mussten wir umnieten. Wegen der mit ihr verbundenen Gefahren. Jawohl. Die scheinen hier alle relativ schwach zu sein. Molekular gesehen. So, LSD. Raus da und zurück. Jo, hier rum. Hm... Max hoch. Dann müssen wir hier unbedingt die Munition einsammeln. Wir können uns nicht leisten, hier zu verlieren. So, Upu Outa. Auch zurück. Obwohl, wir können gleich noch mal gucken, was die hier an Waffen und Munition haben. Jetzt übertreiben sie es wieder hier mit MC und so'n Scheiß. Wie man's gerne hat. So. Ja, heb mal hier Waffen auf und so. Waffe. Muni. Granate. So, ist gut. Können wir alles gebrauchen, da wir ja keine perfekten UFO-Missionen mehr kriegen. Das dürfte nicht mehr reichen, doch. Gut. Ein Tag dort. Astra ist auch übernommen worden. Jetzt baller bloß nicht durch die Gegend, Astra. Ich bitte dich. War Astra hier? Ja. Aber Astra hat, glaube ich, keine Knarre mehr. Granate heben wir auch noch auf. Das mit Li... Obwohl, Moment mal. Hier haben wir doch noch wen, dass wir wenigstens Li uns Sachen mitnehmen. Wenn das vielleicht etwas pietätslos ist. Das soll mir aber jetzt egal sein. Obwohl, wir warten mal bis zur nächsten Runde. Nicht, dass jetzt hier auf die letzten Metern noch irgendwas schief geht. Da ist er wieder. Schmeißt bloß keine Granate, die Pisa. Naja, gerad mal in Panik. Der kann doch für M.O. haben wir noch Platz. M.O. haben wir noch Platz. L.S.T. auch in Sicherheit. Da scheint wer zu stehen. Puh, Auta, auch in Sicherheit. So, jetzt haben wir es im Prinzip geschafft. Wir müssen jetzt nur noch... Das heißt, wir müssen, aber wir wollen jetzt hier noch ein paar Sachen einsammeln. So. Haben wir jetzt eigentlich alle im Ziel ausgegangen? Ich denke mal, oder? Oder stand der eine noch in der... Ja, einer war noch draußen, genau. Na, komm schon. Wo ist er? Wer fehlt denn noch? Hä? Ist der Lokal bekloppt? Wer fehlt denn da noch? Das... ...stehe ich jetzt aber gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind doch alle. Oder... Ach, sie steht hier nicht auf dem Feld. Das heißt, wir müssen jetzt so lange warten, wie sie nicht im Panik gerät. Dass wir sie auf das Feld bringen können, genau. Sehr gut. Jetzt müssten es aber alle sein. Jawohl. Und ab geht er. Und wir haben eine weitere Artefaktmission hinter uns gebracht. Spitze. 1266 Punkte. Das sehen wir gerne. 28 Aliens. Meine Fresse. Das ist mal ein Wert, würde ich sagen. Und zwei Beförderungen. Warum er als LST nicht befördert wurde, verstehe ich leider nicht, da er ja die meiste Arbeit gemacht hat. Aber dennoch jetzt nicht ein Glückwunsch. Okay, Max King war auch nicht wirklich unbeteiligt. Sehr schön. Das freut uns doch. So. Was haben wir denn jetzt an Ausrüstung da? Irgendwie mehr ist es nicht geworden, obwohl wir da doch noch was mitgenommen haben. Okay, wenigstens noch ein paar Ranaten mehr bekommen. Aber ansonsten ist das nicht wirklich mehr geworden. Wir machen jetzt nicht... Untertitelung des ZDF, 2020